Hä? WTF? Was ist los? Ist grad so komisch, spaziert der Block? Spaziert Platziert Ich hab auch spaziert verstanden Was? Ja Ich hab mir gedacht, was ist denn bei dir schief? Der Block spaziert Ja, damit kann ja auch meine Minecraft Figur gemeint sein Steht ja nicht auch noch aus Blöcken Vielleicht ist er verschimpelt und dann konnte er selber laufen Zu viel Zu viel Zombiefleisch gegessen So sieht's aus Doch Einnitz am Rot Wollst du dir nicht hier irgendwie was bauen? Ja Jan Bin grad in der Baumfarm und baue die ganzen Bäume ab Achso Also Bei mir ist wieder ein neuer gewachsen Bäume ab, zum Glück mach ich sowas nicht Hm Kannst du mal gucken, wie du guckst Ähm, 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 was wollte ich grad machen? Achso, ich wollte Karotten und Kartoffeln und Weizen mitnehmen Einen Weizen Wieso kann ich das nicht einsammeln? Aber jetzt klingelt's Muss man hier an der Stelle mal kurz die Aufnahmen unterbrechen, bis gleich So, willkommen zurück Warum hast du mir jetzt geklopft? Weil ich Langeweile hatte Hm Das gehört sich so nicht Dann baut doch lieber heute auch Langeweile Ja So, die sieben Diamanten nehme ich mir mal So, mal Schön lassen Echt? Das kannst du mal schön lassen, hab ich gesagt Ich hab gesagt, echt Ja Also echt nach dem Motto Wirklich, denke ich, dass das könnte Ja, 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 ja Ey, Mika Befreie mich gleich mal Befreie mich, befreie mich Befreie mich Denk mir in der Wand Ja Jetzt Aber nice Kommt davon, wenn man an der Diabwand stehen will Wird man sofort bestraft Tja Ich wollte gucken, ob ich diesmal rausklitsche Aber irgendwie hat das nicht funktioniert Iyajajaja Ihr Schiff, ärger Machst du weils, ne? Kommst du mit, gumsst du? Na los, wie geht deinen Arsch Was? Ich rede grade mit dem Schwein Äh... Schaf Schaf Schaf, Butman who is Lass mich Ich will sammeln Wolle Du hast eine Schere? Ich will die Wolle Nein ich will das nur zum Züchten Ach so, hier dann sammeldes Dann komm ich und scheret die jetzt hab ich auch so ein riesenbaum naja schaf und so als dasselbe vierbeiner dann schnarchen das passiert wenn die alte da los scharf es wird verarschen oder steht eben runter kloppen was unter kloppen das schaf möchte im berg nicht runterspringen nicht töten ein nicht töten und das kommt der welt tierschutzverband und heute auf die finger bei eltern sind raus die gucken jetzt freut mich so jetzt kommst du noch mal mit dann schubs ich dich ins wasser und hoffentlich klatscht du nicht unbedingt da unten auf steine da überhaupt daheim schieb hit the ground too hard hinter dir trage ich trage ich hier hier guckst du mich an guckst du mich die aktie gestiegen hab ich schon wieder so ein scheiß skelette maus das die das gehört und frage ist gestiegen recht ja also es gibt jetzt weiter ich hab grad noch mal ein bisschen holz gehabt es gibt jetzt für die 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 um holz holz weiß 6 echt oh armer nice uaah ihr wisst die kommen und nicht abholen ja und die freundlich alle die ein Wetter haben auch das war ein Krippel ein von sich dachte so war das heißt die Formel gestern nicht so das kam der erste Mal so ist ja erschreckt uns doch wieder nicht ich hab's gerade noch gemerkt und das ist noch gemütlich kommt jetzt kommt jetzt um jetzt in Becker zu kommen ich habe ein Brunner und gut so ein scheiß Krippel macht es auch noch tot Röhrer Röhrer Krimi Krimi kann man wieder einer mir schnellen Weizen bringen bitte also einmal weißen wird einmal bitte ganz schnell doch und so weil mir gerade so scharfe Pausel aus der Rechtskrieg und weizen ja das ist ich bin ich bin hinter deinem Haus Mieter das gerade bei der Däden der Einziger war die Weizen habe ich er kann man bitte uns geben ich komme ich bin das hier gleich mal so weil dann treibe ich das mal hoch zu mir weil ich muss noch kurz den Berg hoch dann bin ich oben nehmt er eigentlich auf ja ok möchtest du eine Karotte lol kommt es auch bei einer Karotte mit ey sag bloß es kommt bei einer Karotte mit nein nein jetzt bleib doch hier du Mistvieh naja du hast wieder vom Wolf gegessen wo bist du denn ähm wenn du von deinem Haus zu Jans Haus gehst da ist doch da so ein See und da bin ich so ein See da irgendwo da wurden sie auch noch reine Sachen gepflanzt sind glaube ich nein da ähm weiter also innen drinnen weiter wenn du den halt den Berg da hochläufst du hast doch da dein welchen Jan meinst du jetzt na der Däden ja nein du Mistvieh hast du ich hab ein Creeper gehört ja der Creeper hat mir grad mein Schaf weggesprengt ja der Creeper hat mir grad mein Schaf weggesprengt dieses riesen Fickvieh lebst du noch? ja ja ich leb noch aber dann kann ich generell grad mal ähm na ein Weg bauen damit ich die Schäfsche hoch treiben kann Ah, wäre ganz so neben mit Zäunen und Scheißdreck. Nee, das war nicht, aber... Nett. Marcian, ich kann mir mein Holz abholen, wie viel ist denn dabei rausgesprungen? Ein, zwei Stacks für jeden. Verarbeitet, oder? Ja. Okay, anders wäre auch ein bisschen übertrieben. Kann man auch Unverarbeitetes bestellen? Das ist jetzt so ein Online-Shop. Online-Shop für Holz. Also das nächste Mal bestelle ich Unverarbeitetes. Warum? Ich möchte auch. Dass es besser ist. Manu, ich kann es mir dann auch noch verarbeiten, das geht ja schnell. Es geht halt darum, dass man... Schlüssel braucht, wenn man nicht so viel Platz. Wieso mir, sorry, ich gebe dir die Hälfte wieder weg. Über die Hälfte. Äh. Und jetzt habe ich ungefähr... Das war jetzt mein Sinnvoller, was jetzt ohne alles für heute. Dann habe ich da 60, ähm, 60 neue Dings gepflanzt, Bäume. Jetzt, wenn die Nacht rum, muss auch wieder was da sein. Jetzt muss ich mir wieder ein neues Tier suchen. Die Aktie muss steigen. Eins. Was bekomme ich denn, wenn ich die Aktie verkaufe? Ey, wie wirst du die denn jetzt verkaufen und mich oder was? Ja, pappala papp. Ja, guck mal, guck mal, hier hast du auch was. Mr. Lois. Vielleicht kannst du vielleicht was anfangen. Hab ich schon. Hast du schon? Nee, also Eisen hab ich nicht. Äh, nein, jetzt bin ich tot. Dann kannst du vielleicht auch mal raus. Äh, nein. Kann ich deine Sachen auch sammeln oder packst du das denn? Ich glaube, bist du runtergefallen? Von meinem Haus. Ich hab's gesehen. Ja, in welche Richtung? Ich sammle deine Sachen ein. Ja, lauf einfach ums Haus rum. Nein, ich hab da nicht. Creepy, creepy. Ey, du, du bist doch eh da gespawnt, oder? Nein, ich hab kein Bett. Hat mir irgendeiner weggebaut. Ja, wir baut dir bitte dein Bett. Weiß ich nicht. Er fragt mich auch. Der hat auch mein Twitter. Oh, Creepy, Creepy, Creepy. Waaah! Eigentlich wann spielt eigentlich mal Jonas hier mit auf dem Server? Das letzte Mal. Das vorletzte Mal weiß ich nicht wann. War er da. Ein Schäfchen! Diesmal hab ich sogar wieder Weizen. Oh, ich bin hier irgendwo im Dschungel. Ah, ich weiß, wo ich bin. Sie ist NPC drauf. Wirklich die Koordinaten haben? Nee. Komm mit. Ich glaub, ich hab alle deine Sachen, mega. Komm mit. Blödes Philips, du bist einfach zu dumm zum Kacken im Ernst. Und wie viel Level hat's dir gebracht? Sieben. Nee, ein Level hatte ich, also sechs Level hat's mir gebracht. Ich hatte 20, glaub ich. Oh, hier sind sauviele Zombies und Scheißdrehen. Wär das eigentlich schlimm, wenn ich bei dir meine Schafe abstelle? Bei mir? Nein, bei Mika. Nö. Oh, ich bin gleich wieder tot. Der würdest du dann wahrscheinlich nur scheren. Eier. Mika, wo bist du denn? Eier. Unterwegs. Ich lasse dir deine Tür auf. Ach, irgendwie lauert ein Kiefer oder ein Zombie. Ich weiß, kann ich jetzt meine Sachen.